Was geht da? Ich bin's wieder Merz. Isman am Start und wir haben vor einem Jahr ungefähr Lattenschießen-Challenge gemacht. Und jetzt haben wir Teil 2 raus. Bei Isman haben wir auch eins gemacht und da könnt ihr auch mal vorbeischauen, mal gucken, wer da gewonnen hat. Und ja, ich würd sagen, laden wir mich einfach an. Wer als erstes... Laden wir mich einfach an! Wer als erstes dreimal trifft, hat gewonnen. Yes! Kurz, kurz, ganz schnell. Den Spurs, boof! Flasche nicht auf! Machen wir Pfosten auf? Nein! Oh mein Gott! Der Fixer! In Spanien. 1-0, alles ruhig. Erster Schuss. Mein Vater sagte mir damals, mein Sohn, wenn du Glück haben willst, mach dein Cappy nach hinten. Okay, jetzt hier schon mal... Ich hoffe, mein Vater hat mich geladen. Abad! Aaaaaaah! Abad, was du... Liebner, Vater! Haha! Das war her, Finger! Du bist los! Bär! Luch! Aber ey, er hat FC Viktoria gespielt! Von daher, sorry! FC Viktoria! Was soll ich noch sagen? Ich bin sprachlos! Hup! 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 Den Ziel halt recht, du! So, ich verabschiede mich nochmal! Haaaah! Das ist richtig provokant! Lass auf jeden Fall da am Hoch da, Leute! Hochmut! Bis zum nächsten Mal! Hochmut tut selten gut! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall nicht! Hey! Digga! Checkt auf jeden Fall jedes Mal das Video ab! Wir haben auch auf seinem Kanal einen Latin-Screen-Challenge gemacht! Für weitere Challenge ist, lass auf jeden Fall da am Hoch da! Bis zum nächsten Mal! Oh! Bis zum nächsten Mal!